Das kenne ich gar nicht, oder? Teamfight Hektics? Tom, was hast du damals so gespielt für? Meine Band ist das drei Kilometer lang. Ja, da sollte man eh nicht so drauf achten. So, wir quatschen mal mit dem. Ich weiß nicht, wer du bist, und ich weiß nicht. Aber, als es sich, Adir hat dir gemerkt, dass du eine größere Angelegenheit für die Rogar, wir beide sind. Ich habe die Wurzeln von Gott und König. Wenn du irgendwelche Frieden wirst, dann wird du das gleiche machen. Ich habe die Wurzeln von Gott und König. Wenn du irgendwelche Frieden wirst, so, wer ist das? Das ist die Hannelore. Hm. Hm. Oh, was hat er da gerade mit seinem Kopf gemacht? Ich habe gesehen, was er gerade mit seinem Kopf gemacht hat. Voll geglitscht so. Stay out of mine. Hier unten, ne? Hier müssen wir nämlich den Wettling pflanzen. Mit ihm reden. Hier bist du wieder. Wenn du deine Augen öffnen zu dem Umbral-Relm hast du noch nicht geholfen, dann vielleicht wird du ihn durchführen. Obwohl du nicht wirklich verwendet hast, du einfach... ...learnst dich auf der Ebene Okay, das war's. Das war dein Ohrnplatz. Also ich hoffe, das war's. Wirklich. Das war's. Okay, das war's also. Und Daniel, er hat es schon für die Community-Punkte. Ey, hast du schon gehört? Der frisst übelst heiß auf Ark, ne? Der will am liebsten dann ab Dienstag, ist es, ne? Dienstagabend will er eigentlich Ark spielen. Da, wo ich wein, so lass mal Landwirtschaftssimulator dubbeln. Und wenn du das so schlachst, wenn du damit wein wirst, ist es doch doch völlig in Ordnung. Da musst du doch gar keine Zeit verschwenden. Ey, wir hatten einfach eine hundertprozentige Trefferquote. Ja, das ist hier aber echt ein bisschen scheiße gemacht, als ich mal mit dem Eifer bin. Muss man das nicht richtig treffen. Da steht er! Oh mein Gott, man musste nicht mit ihm reden! Es ist noch nichts verloren, Leute. Er ist einfach nur weitergegangen. Wir haben nur die Konversation geskippt. Wohohoho, Alter, ich hab gerade... Meine Emotionen waren richtig tief gerade. Richtig tief. Genau, Emotional Damage, scheinlich in Gregorien. Na, wie geht's mit stets? Oh, scheiße, ey. Ich hab gerade echt gedacht, wir haben uns den Rani jetzt verkackt. Was gut war der Klerik, wenn sie nicht die Rune zuerst, oder all das in einem anderen Weg verhindern konnte. Es ist immer die gleiche Geschichte mit den Gästen oder denen wie sie. Sie schreien anders. Aber sie sind nur so weich und schweig wie die, die sie überreden. Aber es ist meine eigene Verdachtung, dass jemand anderes auf jemanden in den ersten Platz verliehen. Das ist halt jetzt so die Frage, wie ist denn das jetzt hier gewesen, wenn wir hier auch nicht mit ihm geredet hätten, sondern uns nur die Dings hier angeguckt hätten, die, ähm, die Stigma. Dann ist, also, dann hätten wir ja auch die Sachen gar nicht über die Rune jetzt erfahren. Ich glaube, da ist es schon essentiell, dass wir jetzt ihn machen müssen, ne? Ich meine, da kennt ihr auch langsam die Leute sogar schon, die hier sind. Ganz cool. Okay, also ich habe gesagt, wir sollen nochmal zur Mutter zurück. Aber das können wir ja gleich sogar noch machen. Wir können jetzt erstmal den Short cut öffnen. Offen. Ah, hier müssen wir erstmal aufpassen. Die Rune von Edea ist nah, ich kann es sehen, wie Blut in meine Hälfte. Die alle wollen mich in die Hälfte geben, aber das ist für die Wege. Die Rune ist meine, immer hat es, und ich werde sie zurückziehen. Okay. 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 Ich würde halt gerne wissen, wo ich jetzt die Rüstung habe. Das sieht mal noch bald aus, muss ich sagen, ja. Ich würde halt gerne wissen, wo ich jetzt die Rüstung habe. Das sieht so geil aus, wenn der da ankommt. Es tut geil aus, wenn der da ankommt. Das sieht so geil aus, wenn der da ankommt. Boah. Noch mehr. Noch mehr. Perfekt, oder wie das heißt, das ist so eine Demo, wo du halt so einen Rucksack hast und dann musst du halt irgendwie so gegen Gegner und so kämpfen. Das können wir auch auf dem Streamer spielen, da bin ich tatsächlich schon Diamant geworden, ey. Das war richtig gut beim Ranking, wenn man gar nicht glauben muss. Das ist halt so. Coolen Board, wenn ich gegen den Käpt'n bin. Nice. Nice ist Scheiße. So. Oh, ihr warst nicht verschluckt. So. 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 Ja, jetzt endlich, der blöder Wechsel, drei Monate hat er mich gekostet. Wieder alle guten Dinge sind frei. So, jetzt kann man ihm ohne Adios und jetzt sollen wir nicht das Tor öffnen, sondern ich glaube, wir sollen jetzt erst wieder zurück zur Krähe, sobald ich das verstanden habe. So, theoretisch, da steht er. Nee, das ist jetzt was, das wir noch nicht kennenlernen, die Ohren. Ja, das ist so fast um uns rum, wie cool. Du kriegst gar nicht mehr von mir. Ich konnte nicht die Influencer der Rune, wie ich konnte, als ich jünger war. Aber mein Kopf ist jetzt klar. Klarer als immer. Die Gäste, die Menschen, gut und schlecht. Die Leute, die ich liebte, die ich liebte. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht nur ein Körner bin. Ein Monster. Es ist, dass sie richtig waren. Jeder von ihnen. Ein Mann kann versuchen, was er ist. Aber nur für so lange. Auch wenn er immortal ist. Na, nicht mehr. Ich bin fertig. Na, nicht mehr. Ich bin fertig. Mehr können wir jetzt nicht machen? Aber hier steht, dass wir jetzt die Rune benutzen sollen. Ich bin fertig. Aber wir haben gar keine Möglichkeit, die zu benutzen. Die Rune Adios übergeben und euch ewig an den Willen der verdorbenen Mutter binden? Will ich das? Wir haben die Rune Adios verwendet. Welche Samenkapsel haben wir auch geprägt? Ist denn jetzt Melchior? Zerfallende Rune Adios. Zerfallende Rune Adios. Damit ist die Festreihe vom Eisernen Reisenden auch beendet, muss ich noch mal sagen. Ach so, schade, dass die halt in den Teilen immer alle irgendwie sterben.